Megamarsch Top Tipp Nummer 11 Findet Gleichgesinnte. Versucht zwar euer Tempo zu gehen, aber es wird einfach dadurch, dass der Megamarsch so groß ist und so viele Teilnehmer hat, immer Leute dabei sein, die ungefähr euer Tempo gehen. Wenn ihr euch da anschließt, könnt ihr euch gegenseitig motivieren, in brenzligen Situationen helfen und die Erfahrung zeigt einfach, dass ihr so viel größere Chancen habt, ins Ziel zu kommen.